Das ist der Fenster. Ja, das ist wirklich schön. Naja, jetzt schon. Ich hoffe darauf, dass wieder einer losrennt. Also einer ist gut. Das ist ja machbar. Ich habe bestimmt zwickt sie nicht. Nein, bestimmt in den Beinen. Das ist dann halt der Austausch. Weil du bist nämlich auch nicht ohne Mäuschen. Ja, es geht um schön vor dem Bremsen. Ja, es wird nicht so schön. Vielen Dank.